Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist der Channel von der Shira Cole und heute präsentiere ich euch eine Loopstation und einen kleinen improvisierten Loop. Tada! Die Loopstation, die nicht funktioniert. Drei Milliarden Knöpfe und ein Kabel. Ich habe Mikro, ich habe das Stromkabel. Ich habe dieses Kabel drin. Wieso geht das jetzt nicht an? Hä? Vielleicht das Stromkabel noch? Okay, wieso funktioniert es immer noch nicht? Wieso? Hä? Wieso funktioniert das denn nicht? Ich habe doch alles gemacht. Ich präsentiere euch jetzt eine Loopstation, die nicht funktioniert. Oder warte, vielleicht müssen wir dieses Kabel noch anstecken. Halleluja! Oh mein Gott, sie funktioniert. Gott sei Dank habe ich nicht tausend Millionen Euro im Satz aufgegeben. Dann kann es ja losgehen. Was muss man wissen? Start, Stopp, zwei Channels zum Aufnehmen. Hier ist unsere Library und Rhythm, Mic-In. Ich brauche eine kleine Rhythmusunterstützung, deshalb das. Das mag sie in der Ruhe. Geräusche! Ich brauche eine neue жить-aisiaatische Kabel. Ich sie schaue, ich spare den Oh 1500 Euro im Satz. , ooh Hai typically. Oh 2500 Euro im Satz. Ich mache mich damit, wie immer ein großerITCH node. rock rock rap As I went down in the river to pray Studying about that good old way And who shall wear the story crown Good Lord, show me the way As I went down in the river to pray Studying about that good old way And who shall wear the story crown Good Lord, show me the way As I went down in the river to pray Studying about that good old way And who shall wear the story crown Good Lord, show me the way Oh brothers, let's go down Let's go down, come on down Oh brothers, let's go down Down in the river to pray As I went down in the river to pray Studying about that good old way The story crowned, show me the way Oh brothers, let's go down Let's go down, come on down Oh brothers, let's go down Down in the river to pray Also, ich hoffe, es hat euch gefallen Ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen üben mit dem Ding hier Wer Instructions lesen kann, ist klar im Vorteil Damit ich das bald auch mal auf der Bühne einsetzen kann Hier oben kommt ihr weiter zu meinem Channel, das Shira Cole Da geht's weiter zum Channel von HowToMusic Und hier unten geht's weiter zu meinem HowToMusic Kollegen Enemy, den ich bei den nächsten Drehtagen schon bald wiedersehen werde Und ich freue mich ganz doll drauf Und bis dahin Ciao Gott sei Dank war das Geld nicht verschwendet Gott